Hallo aus Mallorca. Ja, wir machen heute wieder ein Interview und zwar mit Heiko Schubert von der Firma Affiliate Solutions aus Palma. Und zwar wollen wir in dieser kleinen zweiteiligen Videoreihe unter anderem über das Thema Retargeting sprechen und in diesem heute ersten Video in dieser Reihe zunächst mal über das Thema Traffikeinkauf, weil diese beiden Themen doch sehr eng zusammenhängen. Und das wollen wir uns heute im Detail anschauen. Heiko, du hast ja ein eigenes Affiliate-Netzwerk. Affiliate Solutions ist deine Firma. Wie sind denn so allgemein deine Erfahrungen mit Traffikeinkauf? Ja, recht unterschiedlich. Da unterscheiden sich die Anfänger sehr, sehr stark von den fortgeschrittenen Einkäufern. Und zwar bei den Einkäufern hat man sehr häufig das Gefühl, dass sie ihr Glück erzwingen wollen und tatsächlich verbrennen sie nur eine ungeheure Menge Geld. Ja, ja. Warum sollte man, speziell wenn man jetzt neu ist im Online-Business, wenn man jetzt eine Webseite aufsetzt, noch keine Ahnung hat von nichts, warum sollte man deiner Meinung nach überhaupt Traffikeinkauf? Weil es eine Alternative zum sehr langwierigen SEO ist. Im SEO ist nach wie vor die, könnte man sagen, preiswerteste Alternative an Traffikeinkauf zu kommen. Warum könnte man denken? Weil die Arbeit, die dahinter steckt, ist auch nicht ohne und die Arbeitszeit muss ja auch irgendwie vergütet werden. Also so viel günstiger ist SEO auch nicht wirklich. Ja. Und über den Traffikeinkauf kann man, so die entsprechende Webseite vorausgesetzt, natürlich relativ schnell die erhofften Userströme haben, die man für sein Marketing benötigt. Ja. Das ist natürlich der Vorteil davon. Also es hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Richtig, ja. Wenn wir diese beiden Möglichkeiten hernehmen. Und speziell bei SEO dauert es natürlich entsprechend lang, bis man einen guten Traffic dann bekommt. Ja. Hast du selbst bevorzugte Partner, wo du deinen Traffic einkaufst? Ja, das sind sehr unterschiedliche. Das hängt natürlich davon ab, um welche Produkte bzw. um welche Nischen es sich handelt. Handelt sich um klassische Mainstream-Produkte. Da sind halt die Kanäle wie Facebook, Twitter, was von sehr vielen unterschätzt und natürlich Google und mein besonders Leckerli derzeit YouTube sehr gefragt. Ja. Ansonsten in den Adult-Produkten, da gibt es dann halt diverse Broker. Das würde jetzt zu weit für die hier alle aufzuführen. Da hängt es auch aber immer sehr, sehr stark davon ab, was sie liefern. Da gibt es sogenannte Run-Over-Netwerk-Kampagnen. Das heißt, man weiß nicht genau, woher der Traffic herkommt. Ja. Von denen halte ich absolut nichts. Ja. Und dann gibt es halt Möglichkeiten, wo ich von Seiten gezielt Traffic einkaufen kann. Und das handelt sich meistens um sehr spezielle Deals. Also bei mir im Großen und Ganzen kaufe ich dann Flat-Deals ein. Das heißt, ich gehe zu einem bestimmten Seiteninhaber, buche einen bestimmten Slot für den Rest des Monats und bekomme alles, was dazu gehört. Also egal aus welchem Land usw. Ich muss mich dann natürlich auch darum kümmern, dass die Länder, die zum Produkt A nicht passen, dann auf ein anderes Produkt B geroutet werden. Ja. Also ich habe ja letztes Jahr schon mal ein Interview gemacht mit einem Namen Stato für die mit Heiko Mellert von der Firma Solids Media. Und da ging es speziell um den Einkauf von Dating-Traffic. Ja. Und da war unter anderem auch die Frage, welche Risiken es grundsätzlich gibt beim Traffic-Einkauf. Da ging es speziell um das Thema Dating. Wo siehst du Risiken für Leute, die neu sind in der Branche? Auf was müssen sie speziell achten, wenn sie Traffic einkaufen? Ist im Prinzip genau dasselbe Problem wie beim SEO, wenn die Erwartungshaltung des Users nicht bedient wird. Sprich, wenn ich irgendein Traffic einkaufe und ihn auf ein Produkt schicke, was gar nicht zu dem User passt, greifen wir doch mal das Thema Dating auf. Dort ist es so, der User möchte jemanden kennenlernen und könnte man zumindest denken. Das heißt, der Traffic, den ich einkaufe, muss dann auch von solchen Seiten kommen, wo sich genau die User rumtreiben, die genau das suchen. Und genau das stelle ich bei vielen Traffic-Buden in Frage, ob da wirklich das Targeting so stimmt, dass die Traffic-Source dann wirklich genau aus dem Bereich Dating kommt. Und das ist von mir der Grund, warum ich von diesen Runover-Network-Kampagnen absolut nichts halte, sondern ganz gezielt auf Seiten gehe, weil die kann ich dann selber durch meine SEO-Tools jagen, um zu sehen, unter welchen Keys renken sie. Und wenn da nichts Dating-Lastiges dabei ist, dann würde ich einen Torte tun, um dort Traffic einzukaufen, um ihn auf Dating-Offers zu schicken. Ja, ist klar. Wie stehst du generell zu Facebook-Ads? Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Nicht überall anwendbar, gar keine Frage, aber es gibt genug Bereiche, wo es sehr schön ist, gerade dann, wenn man den Traffic noch tiefer analysieren will. Da ist es sehr, sehr sexy. Ja, also ich beschäftige mich jetzt auch seit circa einem guten halben Jahr jetzt auch mit Facebook-Ads und mit Kampagnen-Erstellung. Und das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema und hat eben sehr stark auch mit Retargeting zu tun. Also zu diesem Punkt werden wir noch kommen. Und was würdest du denn sagen bei der Erstellung von Kampagnen? Was sind denn so die drei größten Fehler, die man machen kann, wenn man so eine Kampagne erstellen will auf Facebook? Ah, unterschiedlich. Fangen wir mit der ersten und größten Fehlerquote an, die würde ich mal sagen 99% aller Leute betrifft. Und zwar die Zielgruppe wird falsch eingeschätzt. Das ist nämlich meiner Meinung nach der meiste Grund, warum bestimmte Kampagnen nicht funktionieren, wenn die Leute, die Streuverluste einfach zu groß sind. Das heißt, von 100% der Leute, die meine Werbung sehen, interessieren sich, wenn ich mir so einiges angucke, vielleicht 10, 20% wirklich dazu. Woran liegt das? Es fängt damit an, was die Leute gehen hin und sagen, ja, User kommt aus Deutschland, ist männlich von bis alt, ja, hat vielleicht noch folgende Hobbys und so weiter. Man muss sich das überlegen, ja, das bekommt dann jeder diese Werbung angezeigt, ja, ob er sich dafür interessiert oder nicht. Und der Punkt ist wirklich, ob er sich interessiert dafür, ja. Und jetzt kann man natürlich vorstellen, ja, woher soll ich wissen, ob er sich dafür interessiert? Dazu können wir dann später noch zurück. Das ist sehr wohlmöglich. Sache Nummer zwei natürlich die falsche Call to Action oder die falsche Emotion, die geweckt wird bei der Grafik, ja. Weil dort kann man sehr, sehr viel machen oder sehr viel erreichen, wenn man die richtige Grafik einsetzt, ja. Also, da müssen die richtigen Emotionen geweckt werden. Und letztendlich natürlich die Call to Action, die oft fehlerhaft und wenn ich mal einige Werbungen angucke, sogar falsch ist. Ja. Ja. So, weil, wenn ich etwas installieren will, ja, ja gut, und dann sage, klick hier für mehr, ja. Das passt einfach nicht. Man muss einfach mal Facebook ein bisschen angucken, da findet man viele solche Kampagnen, ja. Aber das ist nicht nur bei Facebook so, das beobachtet man auf anderen Ländern genauso. Ja, ja. Und vielleicht ein Fehler, der mir spontan jetzt noch einfällt, der sehr häufig gemacht wird, ist, dass die Leute die Experts nicht ausschalten. Ach so, ja, gut. Ja, das gehört ja zu Problem Nummer eins, ja. Das heißt, wenn die Zielgruppe falsch definiert ist. Genau, im Grunde genommen, ja. Also, die Experts ausschalten, das können wir vielleicht noch kurz erklären. Also, Experts, das sind jene Leute, die nicht in dem Zielland, das ausgesucht wird für die Werbung, wo es angezeigt werden soll, nicht beheimatet sind. Das heißt, das sind Leute, die beispielsweise in Indien oder... Oder jetzt hier in Spanien sind. Oder hier in Spanien sind, ja. Und angeben, in Österreich oder Deutschland oder Schweiz zu leben, aber das eben in Wirklichkeit nicht tun und somit sind sie die falsche Zielgruppe. für bestimmte Produkte und es macht daher keinen Sinn. Von daher schließt man diese Experts aus. Aber da mache ich noch ein eigenes Video darüber demnächst. Also, von meiner eigenen Erfahrung her ist es so, dass ich so im Schnitt, also das ist halt meine Erfahrung, sagen muss, dass es sich nur selten lohnt, jetzt Kampagnen zu schalten mit einem Werbebudget von unter 3.000 Euro. Weil man so eine gewisse Bandbreite braucht, einfach um daraus ein Resultat wirklich ableiten zu können. Wie siehst du das? Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Ich habe dann ganz... Oder meine Herangehensweise unterscheidet sich von vielen. Ich will nicht sagen, dass sie die absolut Richtige ist, aber ich fahre damit ganz gut. Bei mir gibt es z.B. gerade, wenn ich etwas Neues anfange, viele, viele kleine 10-Euro-Kampagnen. Hintergrund ist der. Am Anfang weiß ich noch nicht genau, wie es passt. Man muss sich langsam hervortasten. Und wenn ich jetzt z.B. ein Tagesbudget von 50 Euro angebe, aber es existieren nicht genug User, die dieser Zielgruppe entsprechen, dann wird Facebook alles tun, damit die 50 Euro ausgegeben werden. Und das muss man einfach erwarten. Darum fange ich klein an, versuche die Zielgruppe noch weiter einzugrenzen, indem ich laut meinen, den mir vorhanden liegenden Statistiken dann ermittle, zu welcher Uhrzeit ist die höchste Conversion Rate. Wenn das z.B. in den Nachtstunden von 21 bis 1 Uhr nachts ist, dann wird logischerweise die Kampagnen auch nur in dieser Zeit ausgeliefert. Und das ist das, was viele auch machen. Sie lassen es 24-7 laufen. Das heißt, 0 Uhr starten sie, mit Sicherheit sind dann ein paar Leute online. Und da wird aber unglaublich Potenzial verplempert, wenn man das in der Zeit anzeigen lässt. Das heißt, was du machst, ist folgendes, du legst sehr viele unterschiedliche, kleinere Kampagnen an mit unterschiedlichen Parametern. Richtig. Und hast dann also sozusagen auch besser die Möglichkeit, diese vielen Kampagnen dann miteinander zu vergleichen. Was das Ganze wahrscheinlich, aber dann von der Übersichtlichkeit etwas komplizierter machen? Nein, nein, ist es nicht. Angenommen, ich möchte ein konkretes Produkt bewerben, dann mache ich im Schnitt ungefähr fünf Kampagnen a 10 Euro. In jeder Kampagne sind ungefähr drei Werbemittel drin, die ich dann im klassischen A-B-Test durchrotieren lasse. Und das muss dann halt ausgewertet werden. Fünf ist sehr überschaubar, es passt auf eine Bildschirmseite. Das ist mit einem Blick noch zu erfassen. Es gab Tage, da hatten wir 15, 20 Euro laufen. Ja, das wurde dann schon etwas aufwendiger. Aber ist absolut überschaubar. Kein Problem. Ja, jetzt ist es aber so, dass gerade bei Anfängern eben ein Großteil dieser Kampagnen einfach scheitern. Woran würdest du sagen, liegt das? In den meisten Teilen glaube ich, das Budget ist aufgebraucht und es sind keine Ergebnisse da. Das Geld ist einfach alle. Also nicht selten habe ich beobachtet, dass die Leute sagen, ja okay, 1-2.000 Euro opferlich und dann schaut noch, was passiert. Ja, dann gucken sich die Ergebnisse an und was sehen sie? Nichts. Oder wenn bestenfalls ein, zwei Lieds. Ist leider nicht die Ausnahme, sondern sehr, sehr häufig zu beobachten. Und dann kommt, ja, Facebook ist Müll, YouTube ist Müll, Google ist Müll, das ist dann immer vorschnell. Oder das Produkt ist Müll. Ich gehe so weit dazu behaupten, dass es in den seltensten Fällen am Produkt oder am Netzwerk klickt. Okay. Ja, warum ist denn, deiner Meinung nach, bei vielen Anfängern eben das Geld so schnell weg, ohne dass es Ergebnisse gibt? Ah, da gibt es natürlich keine pauschale Antwort, aber eine ist mit Sicherheit, dass der Klickpreis, also der CPC, sehr, sehr teuer wird. Ich habe nicht selten gehört, dass Leute mit 60, 70 Cent oder 1 Euro pro Klick dort gehen, ja. Das Ergebnis ist natürlich, ja, dass dann natürlich bei wenig Klicks sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird, ja. Dabei sind die Zeichen eindeutig, denn man muss sich, dazu muss man ein bisschen Facebook verstehen. Wie kommt der CPC eigentlich zustande? Und zwar in jeder Werbeeinblendung, in der nicht geklickt ist, verdient Facebook kein Geld. Man nimmt ihnen also was weg. Ja. In dem Moment, wo jemand klickt, will Facebook die entgangenen Gewinne zurück haben. Das bedeutet, dass je seltener geklickt wird, der Klick umso teurer wird, ja. Umgedreht ist es aber auch so, je häufiger geklickt wird, desto billiger wird der Preis, ja. So, jetzt muss man fragen, warum ist mein Preis so hoch? Und die Antwort ist sehr, sehr häufig, weil die Zielgruppe nicht passt. Das heißt, wenn ich in einem Segment unterwegs bin, wo der Klickpreis zum Beispiel 10, 15, 20 Cent ist und ich bewege mich bei 1,60 Euro oder 1,50 Euro, dann ist es eindeutig Cut, hier passt was nicht, ja. Darum mit vielen kleinen Preisen anfangen, ja, und dann andere Nummern ziehen und da geht es dann in konkrete Fälle, wie zum Beispiel Retargeting. Okay, ja, und das ist eine gute Überleitung, würde ich sagen, zum nächsten Video, in dem wir uns dann eben beschäftigen, was Retargeting eigentlich ist und wie man seinen Traffic, den man eingekauft hat, dann eben durch Retargeting doch noch zu Geld macht. Das ist das Thema des nächsten Videos. Dranbleiben! Vielen Dank!